Eilmeldung! Wednesday, Adams und Thing sind im Gefängnis. Die Gerechtigkeit hat das düstere Mädchen und ihren kleinen Komplizen endlich eingeholt. Mal sehen, wie sich unsere neuen Gefangenen hinter Gittern verhalten werden. Nun, Wednesdays Zellengenosse scheint nicht sehr freundlich zu sein. Ganz zu schweigen von den anderen Insassen des Troom-Gefängnisses. Dies ist eindeutig keine Fünf-Sterne-Zelle. Dieser Ort hat sich als viel schlimmer herausgestellt, als ich erwartet hatte. Mir gefällt es hier so gut, dass ich sogar lächeln möchte. Dieser Herr scheint über etwas unglücklich zu sein. Mein Name ist Oliver. Und wer bist du? Thing, ruf 911! Die Situation spitzt sich zu. Zum Glück hat Wednesday einen treuen Freund. Puh, der brillante Plan hat nicht funktioniert. Die Wärterin schläft nicht. Ein Gefängnisausbruch? Nicht unter meiner Aufsicht, du kleine Pätze. Die Wachtmeisterin Vicky lässt solche Unverschämtheiten nicht zu. Sie hat eine spezielle Zelle für Gauner wie Thing. Jetzt läufst du nicht mehr weg. Houston, wir haben ein Problem. Die Sache braucht dringend einen Plan B. Oh nein, lasst mich raus. Ich verlange einen Anwalt. Ich sollte etwas tun. Hey, ich habe Klaustrophobie. Kein Problem. Ich werde auf jeden Fall rauskommen und wir werden zusammen sein, meine Schöne. Jemand hat mir eine Nachricht geschickt. Hallo, Palma. Wie geht's dir, Babe? Morgen ist unser Jahrestag. Tut mir leid, ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Du bist wieder mit dieser Blondine zusammen. Weshalb wurdest du verhaftet? Hier kommt die Rückblende. Es ist die True Not So Late Show. Hier ist Alan Rogers. Und dies ist die True Not So Late Show. Macht euch bereit, etwas Spaß zu haben. Wir fangen an. Willkommen, die Cuties Band. Wow, ich wusste gar nichts von dir, aber ich bin begeistert. Und nun begrüßt Sie bitte unseren Gast Wednesday. Lasst uns klatschen. Willkommen bei der True Not So Late Show. Ma'am, bitte folgen Sie mir. Ähm, ja, das ist Wednesday. Also, meine Liebe, du bist als eine sehr dunkle Person bekannt. Welche Art von Unterhaltung siehst du dir gerne an? Hm, Videos von Katastrophen. Das ist immer lustig. Oh, ähm, was magst du an TikTok? Videos über Gamer, das Gefängnis oder DIYs. Was für ein langweiliger Gastgeber. Ich muss dir etwas sagen. Wir haben einige Fotos aus deiner Kindheit gefunden. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn wir sie unseren Zuschauern zeigen. Du siehst hier sehr glücklich aus. Nun gut, bitte sag uns, warum du in unsere Sendung gekommen bist. Ich antworte, wenn du mein Geschenk auspackst. Was? Wow, das ist interessant. Was für eine schöne rote Schleife. Die schwarzen sind weg. Gut, dann packen wir mal aus. Was haben wir denn hier? Wow. Autsch, nimm mir das ab. Ah. Wie gefällt dir dein Geschenk? Hände weg von meinen Haaren. Runter von meinem Kopf. Oh Gott. Hilfe, gib es zurück, du kleiner Dieb. Ich krieg dich schon. Aua. Wir haben technische Schwierigkeiten. Schaltet die Kameras aus. Die Show hat alle meine Erwartungen übertroffen. Fehlt mich nicht. Oder ist es? Kja. Welche Genauigkeit. Huh. Bis dann, Freunde. Das hat Spaß gemacht. Du bist wegen Haarbiebstahls verhaftet und kommst ins Troom-Gefängnis. Hm, was ist das? Ach, richtig. Gestern gab es Hühnchen. Lecker, lecker. Hier, lass es dir schmecken. Ähm, ich muss etwas tun. Ich habe eine Idee. Ist etwas passiert? Ich brauche ein Haustier. Nein, du kannst keins haben. Es sei denn, es ist ein Fisch. Es ist genau das, was ich brauche. Hm, 100 Dollar? Okay. Hier ist dein Haustier. Toll, die Rache ist nah. Nicht schlecht. Kein Grund zur Sorge. Es ist nur ein Fisch. Jetzt werden wir sehen, wer hier das Sagen hat. Willkommen in deinem neuen Zuhause, Kumpel. Du hast eine sehr wichtige Aufgabe vor dir. Du wirst mir helfen, diesen Snub in seine Schränken zu weisen. Oliver hat keine Ahnung, dass Wednesday ihm eine Falle gestellt hat. Oh, sieht aus, als hätte ich das Huhn nicht essen sollen. Beeil dich. Puh, ich habe es geschafft. In Ordnung. Was gibt es Neues auf der Welt? Hm. Ah. Hilfe. Aua. Heiliger Strohsack. Autsch. Hm. Wie ich sehe, hast du mein Haustier schon kennengelernt. Was zum Teufel? Ah. Hilfe. Setz dich selbst zu diesem verrückten Mädchen. Ich haue hier ab. Ah. Hey. Was ist hier los? Oh nein. Code Red, bitte kommen. Hört ihr mich? Wir haben einen Ausbruch. Ah. Das ist der beste Ort der Welt. Es riecht feucht und niemand stört mich. Endlich kann ich mich entspannen. Hey, das ist ein falscher Fisch. Ist das dein Werk? Natürlich. Wird meine Strafe jetzt verlängert? Nein, du bist frei. Bitte gehe. Auf keinen Fall. Ich bleibe für immer hier. Raus hier. Okay. Du hast es verdient. Raus aus meinem Gefängnis. Ich werde nicht gehen. Ich will nicht nach Hause gehen. Das ist ein wirklich schlechter Tag. Okay. Bleib. Autsch. Plus zehn Tage für Ungehorsam. Vielleicht 30? Hm. Steh auf. Ich habe keine Zeit für so etwas. Nun, sieht so aus, als hätte ich dieses stille Mädchen unterschätzt. Ich muss etwas dagegen tun. Zuerst muss ich hier eine neue Zellgenossin suchen. Also mal sehen. Wen haben wir denn hier? Hm. Annette Sinclair? Ja. Wow. Oh, hallo. Was für ein wunderbares Gefängnis. Wer will denn hier mein bester Freund sein? Wednesday. Das ist deine neue Zellengenossin. Das ist Annette. Hallo. Hm. Soll das ein Witz sein? Hallo, Mitbewohnerin. Ich hoffe, wir werden beste Freundinnen. Was? Ich liebe es viel zu reden und Pijama-Partys zu veranstalten. Und ich schminke mich auch gerne. Oh, Kosmetika sind verboten. Ich werde dir beibringen, die Welt mit meinen Augen zu sehen. Hm. Was zum... Okay, das ist zu viel. Officer, ich habe es mir anders überlegt. Lassen Sie mich hier raus. Oh nein, mein Schatz. Das kannst du jetzt nicht. Du hättest früher zustimmen sollen. Übrigens, zieh das an. Ein schickes elektronisches Armband für widerspenstige Gefangene. Etwa so. Sehr schön. Jetzt wirst du bestimmt nicht mehr ausbrechen. Du wirst sehen, wie du mit Officer Vicky scherzen kannst. Also willst du mit mir befreundet sein? Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ich habe eine Idee. Ich werde nicht zulassen, dass diese rosa Katastrophe auf meine Seite der Zelle übergreift. Wir müssen Grenzen setzen. Hat Officer Vicky es geschafft, Wednesday doch noch zu überlisten? Ha, cool. Mal sehen, wohin das alles führt. Wow, Wednesday, tolle Idee. Lass uns unsere Zelle dekorieren. Es scheint, dass diese neue noch nicht gemerkt hat, dass ich an ihren dummen Spielen nicht interessiert bin. Nun, ich werde sie weiterhin ignorieren. Früher oder später wird es ihr langweilig werden und sie wird mich nicht mehr belästigen. Na gut, ich kann das Zimmer selbst dekorieren. Der Spaß kann beginnen. Dieser Raum wird sich bis zur Unkenntlichkeit verändern. Als erstes müssen wir also diese Sportgeräte-Ausstellung loswerden. Das ist viel besser. Jetzt ist Platz für meine Lieblingsspielzeuge. Komm schon, Kumpel. Willkommen im neuen Zuhause. Wie niedlich. Mit diesen flauschigen Sachen wird es selbst im Gefängnis nicht traurig sein. Der nächste Schritt ist das Bett. Schluss mit den langweiligen blauen Laken. Es ist an der Zeit, ein paar bunte Farben hinzuzufügen. Voila, wunderschön. Ach ja, richtig. Fast hätte ich die Vorhänge vergessen. Mit ihnen wird meine Ecke hundertmal gemütlicher werden. Juhu. Die Umgestaltung des Zimmers ist abgeschlossen. Oder doch nicht? Wir brauchen noch ein Detail. Zum Beispiel dieses. Stilvoll. Das war's schon. Und wer ist hier die Königin des Komforts? Ich glaube, dieses Mal habe ich mich selbst übertroffen. Oh, mit dieser Maniküre werden sie mich sogar im Gefängnis auslachen. Das muss sich ändern. Die goldene Regel einer echten Fashionista ist, immer Nagellack dabei zu haben. Ich will in jeder Situation fabelhaft aussehen. Erledigt. Perfekt. Hey, ich habe eine tolle Idee. Die Experimente gehen weiter. Nicht standardisierte Situationen erfordern nicht standardisierte Lösungen. Tada. Es ist jetzt kein Fenster mehr, sondern ein Kunstwerk. Es macht so viel Spaß hier. Das ist unerträglich. Thing. Thing. Komm raus aus deinem Käfig und bring mir die Schlüssel für die Zelle. Ein treuer Assistent wird jede Aufgabe erfüllen. Er braucht nur jemanden, der ihm hilft. Ist es eine Sackgasse? Nein, Thing wird sich aus jeder Situation befreien. Tolle Idee, Kumpel. Ein bisschen Übung, Meditation und dir fällt bestimmt ein unglaublich eleganter Plan ein. Oder vielleicht wirst du bis dahin einfach freigelassen. Hm. Das einzige, was fehlt, ist Schlagsahne. Göttlich. Hey, wenn du Marshmallows hinzufügst, wird es noch leckerer. Ja, das werde ich tun. Was soll ich tun? Oh, Sahne. Na klar. Es scheint, dass das Glückworte auf meiner Seite ist. Nun gut. Los geht's. Fast geschafft. Ja, es hat geklappt. Bravo, Thing. Wie immer an der Spitze. Da ist sie, die lang ersehnte Freiheit. Endlich. Danke. Gern geschehen. Du bist ein echter Bruder. Der perfekte Moment für einen coolen Händedruck. Die Adams Secret Five. Ja. Auf Wiedersehen, Nerfige Ennet. Ah. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich muss dieses blöde Armband abnehmen. Komm schon, höllisches Gerät. Hey, warte mal kurz. Du bist so witzig. Ennet hat bestimmt eine Nagelfeile. Ich werde das Armband durchschneiden. Hallo, wie geht's, Zellengenasse? Dein Freund ist wunderbar. Haha. Verräter. Kannst du mir helfen? Ist etwas passiert? Die Sache ist die, dass ich ein Date mit einem Werwolf habe und ich möchte eine schöne Maniküre bekommen. Kannst du mir eine Nagelfeile leihen? Ja, natürlich. Ich bin so froh, dass du mich gefragt hast. Hier, bitte sehr. Warte. Lass mich deine Nägel machen. Ich bin ein echter Profi. Es wird dir gefallen. Es wird schnell gehen. Lass uns einen Lack aussuchen. Welchen magst du lieber? Rot oder schwarz? Lass uns schwarz werden. Was denkst du, Thing? Rot? Tolle Wahl. Versuchen wir es. Du rennst jetzt besser. So. So ist gut. Schönheit. Deine wunderschönen Nägel sind fast fertig. Jetzt fehlt nur noch der letzte Schliff. Was ist das? Nur ein bisschen Energie. Leg deine Hand hier hin und du wirst es sehen. Hokus Pokus. Schau, wie schön es geworden ist. Hier nimm es nur für den Fall. Danke. Warte. Was ist mit deinen Haaren? Setz dich auf einen Stuhl. Dieser Werwolf wird sprachlos sein, wenn er dich sieht. Ich werde mich darum kümmern. Also, wo ist meine Haarbürste? Hey, Thing. Ich brauche deine Meinung zu Wednesdays Frisur. Hau ab. Ich habe es gefunden. Hey, wo ist Thing hin? Irgendwo weggelaufen. Seltsam. Okay, lasst uns anfangen. Du siehst toll aus. Und jetzt wirst du glänzen. Kleines Strasssteinchen haben noch niemandem geschadet. Erledigt. Sieh mal, wie cool das aussieht. Und dieser Fully passt perfekt zu deiner neuen Frisur. Komm schon, probier ihn an. Einfach fantastisch. Danke, mein Freund. Könne ich jetzt gehen? Natürlich. Du siehst jetzt wunderbar aus. Großartig. Puh. Tschüss. Keine große Sache. Dunkle Geister, helft mir, diese Folter zu vergessen. Ich werde sie nicht mehr erleben müssen. Heute ist mein letzter Tag in diesem Gefängnis. Ein bisschen mehr. So haltbar. Los, komm. Ja, Freiheit. Oh Mann, das ist urkomisch. Was für ein legendärer Moment. Hey, lass mich los. Lustiger Typ. Oh, ich bin so müde. Pause. Und jetzt ist es Zeit für... Errate den Verbrecher. Begrüße unseren Gast Officer Vicky. Oh, danke. Ich fühle mich so unwohl. Also rate mal, wer den Toaster gestohlen hat. Hallo zusammen. Ich muss nachdenken. Der auf der linken Seite sieht besorgt aus. Ich? Stimmt nicht. Oh. Was war das? Ich habe gewonnen. Das mit dem Toaster. Dieses Mal wird es klappen. Es wird die Flucht des Jahrhunderts. Ganz leise. Sie scheinen fest zu schlafen. Ich bin fast da. Thing. Dübeln. Wie du weißt, ist Teamwork der Schlüssel zum Erfolg. Wird Wednesday dieses Mal weglaufen? Das werden wir gleich herausfinden. Wednesday. Gehst du auf ein Date? Nein, ich will nur etwas frische Luft schnappen. Cool. Oh, Entschuldigung. Kann ich mit dir kommen? Ähm. Natürlich. Nimm dir einen Platz für uns. Ich komme gleich zu dir. Großartig. Ich warte auf dich. Oh je. Ich bin sie los. Thing, brich die Mission ab. Planänderung. Geh zurück in die Zelle. Verstanden. Keine Zellengenossen mehr. Das ist jetzt meine persönliche Zelle. So ist es gut. Gut. Ich werde alle Brücken hinter mir abbrechen. Das war's. Es gibt kein Zurück mehr. Puh. Endlich bin ich allein. Hallo ihr Verbrecher. Lasst uns raus. Ich habe Angst vor der Dunkelheit. Was ist das für ein schrecklicher Ort? Wow. Die haben hier eine seltsame Unterhaltung. Faszinierend. Irgendein Monster will uns ärgern. Heilige Schildbrüten. Ah. Sie hätten einen festeren Knoten machen sollen. Das ist eine schöne Kreatur. Nei mir deine Pfote für die Musik, Boni. Ah. Wann bist du denn freigelassen worden? Sei still, während er dich losbindet. Ich werde es erkunden. Da bewegt sich was. Thing ist immer in Bereitschaft. Lasst mich los, ihr fiesen Seile. Lasst mich nicht allein. Lasst uns das mal versuchen. Puh. Überall fallen. Es wird langweilig und überhaupt nicht gruselig. Die Kidnapper haben einen interessanten Quest-Traum. So viele Folterwerkzeuge. Und aus der Nähe bist du überhaupt nicht beeindruckend. Der Weg ist frei, Angsthase. Bist du sicher? Ich hätte gerne ihren Mut. Ah, husch. Keine Dankbarkeit für die Befreiung. Halluzinationen oder was? Hinter dir. Kannst etwas deutlicher sprechen, ja? Die Monster kommen näher. Kommt her. Schnell. Zurück zum Ort des Verbrechens. Lauft nicht weg, ihr Süßen. Jetzt sind wir eure Mama und euer Papa. Wir sind adaptiert worden. Und wie ist meine richtige Familie? Die suchen überall, denke ich. So ein sonniges Wetter. Es ist unerträglich draußen. Erinnerst du dich an unseren Spaß, als wir jung waren, Gomez? Unvergesslich, Karania. Das waren nach Zeiten. Du hast recht, kleine Fledermaus. Oh, endlich. Lustig, Mr. Adams. Deine Tricks, Darling? Stilvoll, modisch und jugendlich, Large. Nicht mehr gelangweilt, Spinne? Du weißt, wie man einer Frau gefällt. Spieler bereit? Ich werfe. Gomez, das Adlerauge wird nicht versagen. Viel Glück beim Fliegen, hässlicher Kopf. Bumm. Die Adams wissen, wie man den Schlag ausführen muss. Du hast gewonnen, Boss. Hey, wir nähen's wieder an, Lati. Du hast mich zu einem neuen Spiel inspiriert. Körperteil, Badminton. Das war peinlich. Fast ins Schwarze getroffen. Autsch. Gib auf, Schatz. Jenga ist meine Stärke. Du bist dran. Oh je. Ich bin ein Experte für Gleichgewicht. Der Turm hat sich nicht ein bisschen bewegt. Lasst uns weiterkämpfen. Meine Königin. Oh, Gomez. Immer betrügst du so, du Schlingel. Komm, Herrin meines dunklen Herzens. Die aktive Erholung ist ermüdend. Sollen wir ein paar alte Fotos bewundern? Wie du sagst, kleiner Skorpion. Nostalgie ist eine schreckliche Macht. Oh, was für ein großartiges Bild. Diese Ferien waren voller Spaß. Unsere Schönheit ganz nach ihrer Mutter. Hoyti, toi, ti, tu. Finger. Verloren und gefunden. Wir werden neue Fotos machen. Aber wo ist Wednesday? Oh. Hey Mädels. Wir führen euch kurz durch unser Haus. So cool. Von so einem Haus habe ich noch nie geträumt. Zu Hilfe meinem Geschmack. Ein ganzes Team von Süßigkeiten. Naughty, Huggy, Kissy, Brainiac, Billy, Nosy, Fluffy und Toothy. Ich wähl sie alle. Klar, nimm sie. Und nimm auch die hier. Wow. Und welches Spielzeug würdest du wählen? Schreib es in die Kommentare. Toll. Unsere Miniaturmomi. Wow. Scary Larry. Dieser Ort ist das Paradies. Eine Mini-Guillotine werde ich hier nicht finden. Fröhlich. Bunt. Und zu flauschig. Ja, absolutes Pech. Evie ist so glücklich. Wednesday, mach weiter. Nein, es geht schon. Du kannst nicht auf ein lustiges Spielzeug verzichten. Vielleicht suche ich mir etwas aus. Raus ins Licht, mein pälziger Freund. Der kleine Killy Willy wird mein Begleiter sein. Okay. Gut gemacht, Tochter. Aber die süße Evie muss offensichtlich ihr Aussehen ändern. Lasst uns leuchtende Farben wählen. Was war das? Oh oh. Modezauber. Haben wir etwas zu feiern? Ich sehe umwerfend aus. Und die Frisur ist so verspielt. Elegant und mit einem Hauch von Frivolität. Ja. Findest du nicht auch, Schwesterchen? Alle sind mit Kleidern beschäftigt. Zeit, sich zu verabschieden, Willy. Wo kommst du denn her? Du brauchst auch ein neues Outfit. Voila. Versuch Nummer zwei. Jetzt komm schon. Der Trick hat nicht geklappt. Ich bin gleich wieder da. Hey, Mommy. Wir haben ein Problem mit einem Outfit für Wednesday. Sie diskutieren über mich. Irgendetwas ist hier los. Da muss ich schon ernstere Methoden anwenden. Lasst uns mit Farben für unsere düstere Fashionista experimentieren. Man kann nie zu viel Blau haben. Toll. Fügen wir noch ein paar warme Töne hinzu. Ein schönes Gelb und einen roten Schlussakkord. Ich schütte die Farben noch einmal auf und rühre den Regenbogencocktail gründlich um. Es ist verdächtig ruhig. Ich habe das Gefühl, die Pseudo-Eltern bereiten eine Falle vor. Ich werde in der Zwischenzeit an diesem Rätsel arbeiten. Abracadabra. So ist es hübscher und viel einfacher. Wednesday gibt den ultimativen Meisterkuss zur Zähmung des schwarz-weißen Würfels. Drei, zwei, eins. Überraschung. Heute nicht. Wisst ihr es denn nicht? Ein Adams kann nicht überrumpelt werden. So viel Aufwand und alles umsonst. Wieder ein missglückter Trick. Sie ist ein böses Genie. Das ist ein gutes Argument.